Ich muss jetzt hier wen wählen, oder was? Okay. Sollen die Navid eingeführt werden? Ist die Erde eine Scheibe? Ist Radl Alkohol? Ist Mayonnaise auch ein Instrument? Nein. Hm? Was? Na, wir schaffen die. Ich hab H-U-A-N. Ah, das heißt H-U-A-N. Mach U-A-N. Mach Juan Martinez Hernandez Lopez. Du H-U-A-N. Du H-U-A-N. Du H-U-A-N, Alter. Juan, Alter, wie schreibt das? Ich glaub, das kann ich nicht nehmen. Juan, J-U-A-N. Ah, J-U-A-N. Ja. Juan. Juan Martinez Perez. Perez. Lopez, Alter. Oder Ramirez. Ramirez. Jesus. Jesus Ramirez. Alle Jesus. Oder Jose. Okay. Ich raff auf, ich zähle gar nichts. Ich bin Legendary auf jeden Fall. Ich hab grad ein Ding, als ich gehabt habe, das ist auch genauso wie ein Mexikaner, so ein Bild. Echt? Ich finde ihn nicht mehr. Was sagst du und verlassen? Wo bin ich denn? Hier ist voll neblig. Alter, was geht ab? Ich hab 100 Burger, oder was? So, hier ist die Grenze. Okay. Wo bin ich? Auswärtiges Amt. Kavala. Ist Kavala Mexico, oder was? Wie weiß ich nicht. Vor allem Mexiko ist viel größer, oder was? Als Amerika. 101.750 auf der Bank. Hä? Okay. Ich hab gedacht, 50.000. Wie viel ist das auf der Bank? 101.750 Dollar. Irgendwie 50.000 Startgeld pro Woche. Nee, diese Woche. Aber da stand doch dran, nur in den USA. Sind wir... Ach nee, wir sind ja in den USA jetzt. Oh Mann. Naja, aber alter, dann bist du schon Mexikaner, bist schon ausgewandert. Und wann dann nachher wieder ein in Mexiko? Nee, wir wollen dann zurück nach... 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 nach Mexiko. Handy, SOS, Notruf, Telefon, Quest, Info. Alter, ich hab grad so'n kleines Dingens gegessen. Was so'n kleines Dingens? So'n Fleischtüchchen weglein, das hat glaub' gefühlt nur meine Zahnlieb gestopft. Und da hat Hunger ins... Wir gehen schon nach Mexiko. Urlaub. Urlaub. Wir dürfen ja zum Glück ohne Visum einreißen. Echt, der Mexiker darf man ohne Visum? Ja, als USA noch. Als Mexikaner darfst du nicht einfach rüber, dann ist es illegal oder musst du mir Visum beantragen. Hm, okay. Artige Polizei. Geht es über andere Friends? Meine Gang, Gruppe gründen. Dein Gang Name. Alter. Meine Gang. Gruppe gründen. Ihr Name entspricht unseren Richtern. Alter, 100.000 wollen die für die Gruppe. Holy shit, Alter. Soll der Name Jesus Ramirez sein, ja. Okay. Aber ich bin offiziell gefickt. Wieso? Jetzt hast du dein ganzes Geld verkauft. Was hast du gemacht? Alter, ich rasch jetzt gleich aus. Was war denn? Ich bin zu Z und dann bin ich so Fine Friends und dann so meine Gang habe ich irgendwie draufgedrückt, auszusehen auf Gruppe gründen mit deinem Gang Name. Ja. Und dann habe ich Ding, halt ich so, okay, keinen Namen eingegeben, tue ich so das löschen und will es nochmal machen mit die Lachsnacken und dann kommt so, du hast keine 100.000 auf dem Konto und denkst du, hä? Und dann gehe ich und jetzt habe ich meine 100.000 gewastet. Ich habe einfach jetzt komplett kein Geld mehr. Alter, ich habe 0 Dollar offiziell und habe einfach die Gruppe wieder gelöscht. Ja, okay, schon wieder die Hälfte. Alter. Und ich könnte so nicht mal abheben, weißt du? Davor will ich eine Lizenz kaufen, sagt sie mir, ich habe das Geld nicht auf Tasche, aber das zieht es mir direkt aus dem Bankaccount oder was? Alter. Wie funktioniert das mit dem Abstimmen?